Es geht los! Ja, hier kommt gerade Besuch! Das ist meine neuste Maschine von ganzem Modell! Der Schlauch! Hier ist verbunden mit der Dampfmaschine. Hier dreht sich. So, und dann wird es hier mit einem Kabel verbunden. Dann wird es hier mit einem Kabel verbunden. Und hier ist eine Säge. Natürlich sägt es nicht echt. Jetzt kommen wir zum Schlauch. Der Schlauch, der ist hier. Hier verbindet der Schlauch sich mit einem dickeren Schlauch. Und der dickere Schlauch wird von zwei solchen Teilen... an der Dampfmaschine festgemacht. Und das ist eine Dampfmaschine. Natürlich, wie ihr denkt, eine normale Kakao-Maschine. Oh, ist das aus, ja? Ja! Meine Güte, ist das Ding am Rasen. Ja! Und jetzt ist der Film leider zu Ende!